was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute den bausimulator 2015 zusammen mit toto und lehrling achim hallo hallo was brauchen wir denn jetzt schon mal hier als nächstes wo auch ne bei abschnitt 6 besorge vier große dachpfannen und einen baustoffhändler haben wir doch oder ja was müssen wir denn jetzt dahin bringen besorge vier kleine ziegelsteine ton ach so dann haben wir die jetzt ja warte eben was soll ich noch mal holen auch die geste der ziegelsteine netone dachpfannen guck mal jemand bitte nach hier große dachpfannen rot vier stück ja ja warte mal ok als die kriegen wir noch da drauf die vier oder sollen wir den kleinen eben noch holen ich krieg das da drauf wenn der typ mir da oben sagt du könntest dir ein neues fahrzeug leisten würde ich mir am liebsten eins kaufen wieso ja weiß ich nicht das animiert so zum shoppen ist mir ja bei dir gewohnt hier können wir aber keine silage machen ja da ist das problem geht's oder ja aufpassen dass die blätter auf der anderen seite nicht runter fällt geht noch geht noch ja ist schon noch ein ganzer halber meter drauf ja wir können wir die da oben noch drauf platzieren und dann mit der ladung festmachen ja ja gut dann knall drauf den scheiß und mach jetzt hin ja gleich mittag ich hab keinen bug länger zu machen wir pünktlich pause machen er macht das sowieso nix ja wir gucken zu dass du es richtig machst das ist ja wohl mehr als genug oder der ist so anstrengend ja wenn ich dann sehe wie du da rumfährst würde ich mich schreien verweinen ich muss über die knöpfe suchen oder warum dort zu laufen ich muss mich an den controller ist wieder gewöhnen ok wo bist du hier hier wo ich bin warte mal ja guck dir das mal an da ich glaube der schielt ein bisschen ja gestern wird er gesaufen gestern war ja war der bestimmt wieder auf so einer dubstep disco seine biatchfreundin da und jeden den mund nimmt der letzten weihnachtsfeier guck mal wie die palette da draufstehen ja ich habe schon gesehen scheiße die sitzt lockerer als von deiner freundin der tanga alter so ein scheißer so ladung sichern ist überhaupt gesichert ach geht schon ja ja spannen gehörte wir halten alles mach die platten da hoch da drin sitzt y fahr doch gar nicht wir sitzen da drin ach so doch so gesagt du sitzt ja da drin fahrt ein opfer komm so du wir sehen uns auf der baustelle ne alles klar ich hole noch einen kasten Bier und dann bin ich auch da ja das ist schön machst du dann schon mal den pausenraum und alles fertig ja ja alles klar den pausenraum meinst den container ja den container dem bau container dem bauwagen dem bauwagen genau da wird gleich richtig was gef... ooooooh 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 ey bist du ja die ladung hält fahr weiter ooooh ooooooh ooooh ich liebe den bau simulator ich liebe ihn ooooh 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 Ich habe ihn mit Geld losgeschickt, Bargeld, kommt mit den billigen Dingern wieder, Kassenbogen vergessen und sagt, das hätte der ganze Geld dafür ausgegeben. Ich habe nur im Mundwinkel die Soße vom Big Mac gesehen, aber naja. Warum lenkt die Karre nicht? Der Schamstrumpf hat er doch bestimmt gekauft, so ein Festmacher, oder? Boah! Da ziehe ich dir von deinem Lehrlingslohn ab, das ist dir unklar, Alter. Der hat hier eine ganze Laterne aus der Angang gerissen, Alter. Ist ja klar. Und auf der Straße liegen lassen. Ich weiß auch nicht, wie er es geschafft hat, aber die Laterne ist durch ein Führerhaus. Durch die Pritsche. Sag mal, wo lang fährst du denn? Ja, ich habe mich verfahren. Ja, das merke ich. Mit mir auf der Autobahn wird man eben gewendet, kennt ja nichts. Ich fühle mich ein bisschen ängstlich. Ah, keine Angst, so vor schon nicht. Ja, warum glaube ich dir das? Ja, warum glaube ich dir das? Ja. Erstmal aussteigen. Ach du Scheiße, er verwandelt sich wieder. Oh, ist er wieder soweit? Ach ne, jetzt ist er wieder normal. Er transformiert sich? Ja. So komm, erstmal ein Bauregen. Erstmal zwischens Blondes killen. Jetzt denk aber dran, dass du zuerst die anderen abladen musst, ne? Ja, ich würde den Spanngurt nicht los machen. Warum? Ich bin nämlich weg. Fatsch nicht. Ja, aber komm, mach los. Weiß ich doch, passiert nichts. Bin schon gefreut. So, nehmen wir jetzt erstmal hier den Presslufthammer. Besser nicht, ne? Wir können wieder von vorne anfangen Leute, das Haus ist weg. Komm, legen los da. Ne, markierten Bereich da, ne? Ja. Das flatscht hier nur so hin. Ach, sitzt er wieder unten im Loch fest. Ja. Komm hier hoch. Ach, wird wahrscheinlich nix, ne? Wo ich hochkomme? Wir haben ja die Tür vergessen. Ja. Hier. Warte, bleib da. Nimm einfach meinen Meter langen Pimmel. Dann zieh dich dran hoch. Kann man schon mal die Maschinen zurückfahren zum Hof. Ach, setzt sich zurück. Was ist das, zurücksetzen Geld? Boah. Ne, ich glaube nicht. Boah. Komm, wir gehen auch ein Bier trinken, guck dir das an. Läuft. Das sieht aus, wenn sie mit Hubschrauben abge... Ja. Oh ne, Entschuldigung. Dann würden sie noch besser dastehen. Ja. 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 Jawoll, jetzt muss ich ihn da ganz oben da bringen. Ich glaube, es wird Zeit für einen größeren Kran, oder? Ja. Ja. Ich aber auch so. Die müssen da oben aufs Haus, oder was? Ja. Das Beispiel gucke ich mir aber natürlich von oben an. Wenn man überhaupt hochkommt. Oh ja. Ja, moin. Der Arm überhaupt so lang? Hö. Dreh den mal hier zu mir hin. Dann müsste der, glaube ich, reichen. Ah, okay. Ja. Ah, läuft. Süße, geht auch alles. Schauen wir was Größeres. Ich schau mal, was es so gibt. Ach, kann ich nur beim Baustoffhändler gucken, oder beim, ähm, ja, egal. Haben wir überhaupt Kilo, um was zu kaufen? Wir haben 97.000. Da habe ich nichts für. Ja. Wir haben auf jeden Fall Zeit für einen größeren Kran. Oh, je. Oh. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Oh. So, gut, dass du Bauschuhe an hast, ey. Ja. Warum schmeißt du die hier hin? Weil ich die oben komplett verteilen kann, überall. Ja? Ja, ja. Ach so. Ach, ja, stimmt. Hat dich vorher mit dem Bauleiter abgesprochen, ist alles okay. Na gut. Ich glaube, ich dachte nicht, dass du gleich wieder Müll baut, oder so. Ach so, ja. Habe ich auch zuerst gedacht, aber. Wieder mal eben rüber. Ich habe ihn mit meinem wunderschönen Smartphone angerufen, während ich eine App gespielt habe. Ja. Während du das Bau-Pokémon gefangen hast. Ja. Da war nämlich ein wildes Kleinstein, das müsste ich haben. Ein Kleinstein? Ja. Haha. Ja. Haha. 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 Lug da nicht rum. Ja, die Lehrling von heute. Ich schon sehe, wie das Ding da rumbackt. Aber das hat er aber gut gemacht. Komm Marco, eine Minute hast du noch. Dann kriegen wir 1000 der Vogel fertig. Sieht aber auch mal richtig nice aus. Muss ich mal mitgestehen hier. So, Oberrohr. Schöne Aschbäckchen habe ich auch. Vollstock. Wunderbar. Oh ja. Mache ich die Baustelle frei. Pritschenwagen mit Kran, Freezy, Toto. Dann hauen wir mal ab hier. Ja. Da wird sich die Familie aber... Boah. Ja, wunderbar. Ich glaube, jetzt können wir uns einen Kran kaufen. Wir schauen jetzt. So, Aufträge. Was haben wir denn gekriegt? Bei mir standen 165.000. Ja, ich habe 135.000. Oh, was haben wir denn hier? Reihenhaus Familie Müller. Es gibt 34.000. Boah, hier gibt es einen. Da hätten wir, würden wir 64.000 kriegen. Aber da fehlt uns wirklich der Kran. Wir benötigen einen Schwerlastkran. Dann können wir so ein richtig geiles Haus machen. Komm, nur fragen, was der kostet. Ich glaube, das fahren wir mal in der nächsten Folge gucken. Und dann schauen wir mal. In dem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.